Wer heute menschliche Tätigkeit besteuert, ja was macht der einfach? Der besteuert die Leistung, bevor sie reich geworden ist. Das ist so eine Art Knospentreve, so ein gesellschaftlicher Knospentreve. Wir dürfen die Leistung erst besteuern, wenn sie am Ziel ist. Und dann sind wir bei der Konsumsteuer. Konsumsteuer ist die jüngste Steuer, die wir haben. Der wird steuern.